Das nächste Ringman Turnier steht an. Diesen Sonntag, ist ja spontan, aber wir haben Bock und es wird eine geile Reise. Meine Lieben, diesen Sonntag, 29.09. Neues Ringman Turnier. Ab 11.30 Uhr, wir sind ab 11 Uhr natürlich wieder live für Käse und Kaffee. Ein schön entspannter Start in den Sonntag. Und ab 11.30 Uhr, Ringman Turnier. Auf geht's, ab geht's. Ähnliches Format wie letztes Mal. Das heißt, 8 Teams, Quarterfinals, Semifinals, alles Best of Ones. Grand Final, Best of 3. Oder aber, ist eine Möglichkeit. Darauf setzen wir nicht, weil es eben sehr spontan ist und man sich natürlich dann auch den halben Sonntag freinehmen muss. Vielleicht machen wir tatsächlich 16 Teams. Dann hätten wir noch 8 Finals dabei. Dann hätten wir auch einen zweiten Stream, der liebe Jan, der das letzte Video geschnitten hat von Vertigo, wo ich Pro gehe. Ist jetzt offiziell. Lapiro, neuer Profi-Spieler in CS. Big, meldet euch. Der würde einen zweiten Cast-Off machen, sodass tatsächlich alle Games-Coverage kriegen. Wenn wir aber nicht 16 Teams vollkriegen, was wie gesagt, angesichts der spontanen Idee, naja, wäre verständlich. Dann bleiben wir bei 8 und machen das genauso wie letztes Mal. Zwischen den Games oder zwischen den Stages. Feine Giveaways in Marble Races, eine Folge oder vielleicht sogar zwei Episoden. Skinionaire, Velvet Skinionaire. Machen wir auch live vor Ort. Ansonsten haben wir eine gute Zeit. Mappool und alle weiteren Informationen sind im Discord. Link dazu in der Beschreibung. Alle mit dem Link folgen. Dann habt ihr unseren Discord-Regeln akzeptieren. Dann habt ihr hier Wingman-Informationen. Haben wir hier alles wunderbar aufgeschrieben. Anmeldung gerne mit eurem Team, mit eurem Teamnamen und euren beiden Ads für Discord. Ansonsten haben wir noch einen Teamfinder, falls jemand Bock hat und auf der Suche ist. Und Diskussionen für Informationen, Anregungen, alles weitere. Mappool, Inferno, Nuke, Overpass, Palais und Shortdust. Zwei Community-Maps dabei. Es wird ein wahres Fest. Selbstverständlich. Meine Lieben, habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch was. Wir hören uns heute Abend im Stream. Morgen Geburtstag streamen. Sonntag Wingman-Turnier. Bis dahin.